Die Industrienationen gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Bevölkerung steigt rapide an. Wie die Nahrungsmittel drohen auch die natürlichen Rohstoffe für Bekleidung zu verknappen. Eine mögliche Lösung des Problems, künstlich hergestellte Textilfasern. Die Idee selbst ist zu dieser Zeit bereits mehr als 200 Jahre alt. Sie stammt von dem englischen Naturforscher Robert Hooke. 1665 schreibt er, »Ich habe oft gedacht, dass wahrscheinlich ein Weg zu finden wäre, eine künstliche, leimartige Masse herzustellen, fast ähnlich, wenn nicht ganz so gut, wie die Ausscheidung der Substanz, aus welcher der Seidenwurm sein Fadenknäuel spinnt. Dieser Hinweis mag irgendeinem genialen Forscher Anlass sein, Versuche zu unternehmen, die ihm, wenn erfolgreich wie ich glaube, nicht Anlass geben werden, unerfreut zu sein. Doch Robert Hooke verfolgt seine Idee nicht weiter. 1845 macht Christian Friedrich Schönbein eine höchst brisante Entdeckung, als er mit Baumwolle experimentiert. Schönbein bereitet ein Gemisch aus Salpetersäure und Schwefelsäure, um damit die Baumwolle zu behandeln. Die Baumwolle scheint nach dem Trocknen äußerlich unverändert. Doch innerlich erfuhr die Zellulose, aus der die Baumwolle hauptsächlich besteht, sehr wohl eine Veränderung. Die Zellulose wurde nitriert, so der Fachbegriff. Schönbein stellt Versuche an, die naturbelassene wie auch die behandelte Baumwolle aufzulösen. Während sich für die natürliche Baumwolle kein Lösungsmittel findet, entdeckt Schönbein, dass die der Säure ausgesetzte Baumwolle in einer Mischung aus Äther und Alkohol durchaus löslich ist. Nur mehr ein kleiner Schritt wäre es gewesen, aus der Lösung die Baumwolle wieder auszufällen und daraus Fasern herzustellen. Doch Schönbein hatte anderes im Sinn. Ihm ging es allein um die explosive Wirkung der Schießbaumwolle. Ein Graf sollte der eigentliche Begründer der Kunstzeitenindustrie werden, Graf Hilaire de Chardonnay. Im Auftrag der französischen Regierung erforscht Chardonnay die Möglichkeiten der Schießbaumwolle. Ganz im Gegensatz zu Schönbein befasst sich Chardonnay näher mit dem Collodium, mit der im Äther-Alkohol-Gemisch gelösten Schießbaumwolle. Das Ergebnis lässt sich sehen. Ein feiner Faden, ähnlich glänzend wie natürliche Seide. Chardonnays Kunstseide wird eine Sensation. Doch hat sie einen nicht unwesentlichen Nachteil. Sie ist leicht entflammbar. Chardonnay gelingte schließlich, auf chemischem Wege seiner Seide etwas an Brisanz zu nehmen. Auf der Pariser Weltausstellung wird die Chardonnay-Seide begeistert vom Publikum angenommen. Die daraus hergestellten Erzeugnisse finden reißenden Absatz. 1891 in Oberbruch bei Aachen gegründet, die Glühlampenfabrik von Max Främeri und Johann Urban. Främeri und Urban sind, wie andere Glühlampenfabrikanten auch, ständig auf der Suche nach einem Material, aus dem sich haltbare Glühfäden herstellen lassen. Alle nur denkbaren Fasern unterziehen sie der Prüfung. Schließlich stoßen sie auf das Verfahren eines Matthias Schweitzer, dem es mithilfe ammoniakalischer Kupfersulfatlösung gelang, Baumwolle aufzulösen, ohne dadurch ihre Brennbarkeit zu erhöhen. In verdünnter Schwefelsäure lässt sich aus dieser Lösung ein Faden aus nahezu reiner Zellulose ziehen, nach dem Verkohlen ein idealer Glühfaden. Als dann die Kohlefadenlampen nicht mehr gegen die von Siemens und Halske auf den Markt gebrachten Glühlampen mit Metallfäden konkurrieren können, werden aus Främeri und Urban kurzerhand Kunstseidenfabrikanten. Ein weiteres Verfahren, natürliche Zellulose zunächst in eine zähflüssige, in eine viskose Lösung zu bringen, um sie dann wieder auszufällen, das sogenannte Viskoseverfahren, bildet schließlich die wirtschaftliche Grundlage für eine Reihe von Kunstfaserfabriken, die noch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Europa entstehen. Bezeichnend für den Siegeszug der künstlichen Fasern ist die kurze Mode der 20er Jahre. Diese war erst möglich geworden, als feine Strümpfe aus Kunstfaser an die Stelle der hausbackenen Baumwollstrümpfe getreten waren. Doch handelt es sich weder bei der Chardonnay-Seide noch bei der Viskose um Kunstfasern im strengen Sinne. Die Faser wird ja lediglich durch Abwandlung eines Naturproduktes erhalten. Der erste echte, technisch verwertbare Kunststoff ist das Bakelit, ein im Druckreaktor aus Phenol- und Formaldehyd erhaltenes Harz. Sein Erfinder Leo Hendrik Beikland meldet mehr als 400 Patente an, die überwiegend die Anwendungsmöglichkeiten des Bakelits betreffen. Es wird vielfach für elektrische Bauteile eingesetzt. Doch über dessen genaue chemische Natur weiß auch Beikland nichts. Für Aufklärung sorgt der deutsche Chemiker Hermann Staudinger. In Zürich, wo er seit 1912 Professor für Chemie ist, beginnt er natürliche Stoffe wie Zellulose und Kautschuk zu untersuchen. Jene Materialien, deren chemische Natur sich den Wissenschaftlern bis dahin hartnäckig verschloss. Die gängige Lehrmeinung glaubte, die besonderen Eigenschaften, so auch die hohe Viskosität dieser Stoffe, durch sogenannte Micellen erklären zu können. Molekülanhäufungen, die durch besondere Kräfte, durch Micellarkräfte zusammengehalten werden. Staudinger hingegen will auf solch ominöse Kräfte verzichten und glaubt, die Struktur derartiger Moleküle allein mit den bekannten Bindungsarten und den Prinzipien der Strukturtheorie erklären zu können. 1921 gelingt ihm hierfür auch der experimentelle Beweis. Bei löslichem Hydro-Kautschuk zeigt Staudinger, dass sich die Moleküle aus bis zu mehreren Millionen Atomen zusammensetzen. 1922 prägt er für diese riesigen Moleküle den Begriff Makromolekül, Riesenmolekül also. Doch Staudingers Theorie stößt bei seinen Fachkollegen weitgehend auf Ablehnung. Die Existenz derart langkettiger Moleküle wollen sie nicht für möglich halten. Die Idee selbst ist einfach. Durch wiederholtes Aneinanderreihen kleiner Baueinheiten lassen sich nahezu beliebig lange Moleküle, Makromoleküle zusammensetzen. Die chemischen Bindungen zwischen den Atomen entsprechen dabei denen kleinerer Moleküle. 1926 geht Staudinger nach Freiburg, wo er seine Theorie in unermüdlicher Detailarbeit mit stets neuen Beweisen belegt. Dennoch, nur langsam findet Staudingers Gedankengut Einzug in die wissenschaftliche Welt. So erhält er erst spät offizielle Anerkennung, als er 1953 aus der Hand des schwedischen Königs den Nobelpreis für Chemie entgegennehmen kann. 1931 berichtet in den USA Wallace Caravas über ein neues Verfahren zur Herstellung künstlicher Fasern. Später sollten diese Fasern unter dem Namen Nylon sensationelle Bekanntheit erreichen. Am 15. Mai 1940 werden erstmals Damenstrumpfe aus Nylon zum Kauf angeboten. Die Nachfrage ist gewaltig. Nylon ist eine vollsynthetische Faser. Die erste echte Kunstfaser. Im Zweiten Weltkrieg wird Nylon für andere Dinge als Damenstrumpfe benötigt. Vorwiegend als Ersatzstoff für die nun nicht mehr verfügbare asiatische Seide. In deutschen Labors wird ab 1938 eine dem Nylon vergleichbare Kunstfaser hergestellt. Militärische Verwendung findet das deutsche Perlon als Ersatz für Fallschirmseide. Nach dem Krieg werden die amerikanischen Nylons zum begehrten Tauschartikel. Nylon und Perlon sind Vertreter lediglich einer Fasergruppe, der Polyamidfaser. Nachdem in Deutschland die Produktionsstätten wieder aufgebaut sind, werden auch hier verschiedene Kunstfasern hergestellt. Durch Abwandlung der Grundbausteine können so Materialeigenschaften variiert werden. Staudingers Theorie bestätigt sich Tag für Tag in den chemischen Labors der Kunststoffindustrie. Fortschrittliche Mode erfordert fortschrittliche Stoffe, so heißt es in Berlin, als am 1. November 1960 die erste Trevira-Schau eröffnet wird. Die Eigenschaften der neuen Fasern sprechen für sich. Formstabil, pflegeleicht und Waschmaschinen geeignet, das sind die Prädikate, mit denen geworben wird. Heute gibt es kaum einen Bereich, der ohne Polymere-Stoffe noch denkbar wäre. Vorbei sind die Zeiten der Neiltesthemden. Moderne Kunstfasern weisen Kälte und Wasser ab und leiten dennoch Körpernisse nach außen hinweg. Sie trotzen jedem Wetter, sind reißfest und das bei geringem Gewicht. Längst sind sie keine bloßen Ersatzstoffe mehr. Kunststoffe sind hochwertige Werkstoffe mit maßgeschneiderten Eigenschaften, die für die jeweilige Anwendung optimiert sind. Ohne Kunststoffe sähe die Welt heute anders aus. Neben all den modernen Hochleistungspolymeren konnten sich selbst Phenolharze, ähnlich dem Bakelit, behaupten. Sogar in Satelliten bewähren sie sich nach wie vor. Ohne Kunststoffe auch keine Mikroelektronik. Erst lichtempfindliche Fotolacke ermöglichen es, die mikroskopisch feinen Strukturen elektronischer Bausteine zu schaffen. Kunststoffe begleiten uns überall. Bestimmte Kunstfasern widerstehen selbst hohen Temperaturen. Kunststoffe ermöglichen den Menschen doch den Aufenthalt, wo sonst kein Leben möglich ist. Kunststoffe sind extrem witterungsbeständig und daher langlebig. Doch gerade diese Eigenschaften stellen uns heute zunehmend vor Probleme. Die Müllberge wachsen bedrohlich. Darin enthalten Kunststoffe, die zudem aus den durchaus begrenzt vorhandenen Rohstoff Öl hergestellt sind. So ist es heute ein zusätzliches Ziel, Kunststoffe zu entwickeln, die weitgehend wiederverwertet oder unproblematisch entsorgt werden können. Neuartige Polymere werden zukünftig eine wichtige Rolle spielen, als sogenannte intelligente Materialien, die auf elektrische oder optische Signale reagieren. Ohne Hermann Staudingers Theorie der Makromoleküle undenkbar, die moderne Biochemie und Molekulargenetik. Heute sind Molekularbiologen imstande, die riesigen Erbinformationen zu lesen und mit ihnen zu arbeiten. Lange Zeit jedoch war unklar, wie die genetische Information gespeichert, weitergegeben und abgerufen werden kann. 1953 gelangen James Watson und Francis Crick die Lösung des Rätsels. Ihr Modell der DNS des Erbmoleküls. Zwei ineinander verdrillte Riesenmoleküle, die alle Baupläne eines Lebewesens enthalten. Sie bestehen aus Abermilliarden von Atomen. In der Tat Riesenmoleküle. Lange Zeitung des Erbmoleküle. Lange Zeitung des Erbmoleküle. Vielen Dank.